Hallo, ich bin die Barbara. Ich bin heute hier im Festspielhaus mit The Dance We Made von Tin Cousins & Friends und wir haben heute die Aufgabe eine Choreografie von den Geschichten der Teilnehmer des Kultursymposiums zu kreieren. Ich darf euch die Tänzer vorstellen. Ich bin der Kiri. Und ich bin die Conny. Let's make it up! Und dann ging es um Sesseln kreieren in diesen Workshops. Die Fantasiewörter. Sitzmöbel gemacht, ein sehrseitiges Sitzmöbel. Die Pfoten umgedreht, dann hat man sich dann aufsetzen können. Das ist toll mein Sitzmöbel. Perfekt, das freut mich, das freut mich. Und nicht im Gefängnis. Aber nicht im Schifflefon. Eingesperrt. Aber was ist, wenn man dann einfach irgendwie, es gibt uns Halt bei den Füßen, oder? Also vielleicht irgendwas, wo man, ich habe einen Halt. Ist das was? Wenn du gemeinsam einen sicheren Weg gehst. Wir könnten machen, dass du gerne Ski fährst oder Snowboarden. Beides. Beides? Natürlich, du kannst beides. Du kannst Snowboarden. Du kannst Skifahren. Was kannst du noch? Schwimmen. Wo schwimmen? Im Schwimmbad? Im Meer. Okay, im Meer. Das Meer ist infinite. Jetzt. Oder? Ja. Aus dem viel, also wenig einfangen wollen. Ja. Aber aus dem eine Form machen. Also dem... Alles einfangen und eine Form machen wollen. Viel Inspiration. Von verschiedenen Seiten und das alles in eine Form packen wollen. Nicht fertig, ja. Sondern ins Fis. Ja, genau. Mittendrin Kaffee. Mittendrin Kaffee? Ja. Sehr gut. Danke. Ja. 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 Verzweiflung. Ja. Okay, also man ist happy auf der einen Seite und dann verzweifelt. Und man macht aber weiter und holt sich wieder was. Hm. Wie würdet ihr... Wie würdet ihr Feedback darstellen? Ah, dass ich von hier... Dass ich von hier dann wirklich einfach die Form verändere. Dieser Sessel kriegt Feedback. Und entscheidet sich, drüber nachzudenken. Was könnte ich denn machen? Okay. Das ist ein bisschen nicht-arogant, oder? Das ist ein bisschen nicht-arogant. Das ist ein bisschen nicht-arogant. Nein, der war schübsfreundlich. Vielleicht machen wir auch aus dem Alten... was Neues. Gut. Also Ihnen fehlt das. Ähm, und deine Signature Wave. Sagst du mir nochmal? Wir können die Wave für Weiß, die CSD wahrscheinlich schön machen. Okay, dann gehe ich direkt vom Klettern. Vielleicht lasse ich das Schwimmen weg. Okay. Gehe ich direkt... Und vielleicht kommt wieder... was hilft, dass wir dann ein Projekt... Also, es ist nicht fertig gewesen, aber dann doch... Sollen wir unser Projekt jetzt einfach mal fertig machen? Man lässt das Fenster. Man lässt los. Zeig, zeig und auslaufen. Sollen wir es los? Wenn es fertig ist, aber für Zeit ist es mal mehr. Ja. Dann lass es. Hallo, ich bin die Fanny und ich habe heute mit Magda und Patricia über den Fokus gesprochen. Und ich bin der Kirin und ich habe heute mit der Karin und mit der Martina gesprochen. Und die hat mir erzählt, wie kreativ sie beim Workshop Sessin kreiert hat. Und ich bin die Barbara und ich habe mich mit Margarete und Gudrun darüber unterhalten, wie es ist, wenn man fremde Menschen, die man nicht kennt, umahnen lässt. Hallo, und ich bin die Conny. Ich habe heute mit Flo und Theresa über das Netzwerken gesprochen. Ich habe heute mit dem Mal. Danke, danke. Und ich bin der Kalimantin. Ja, danke. Ich habe außerdem mit Stefanie, Isabel und Eva gesprochen, darüber wie es ist, in einem Raum gehalten. Ich habe mit Tina und mit Daniel gesprochen und die haben mir erzählt, dass wenn sie ein Kunstwerk machen würden, dann wäre das ein reiner Mikroplastikmüllsee. Und ich habe außerdem noch mit Ottmar darüber gesprochen, was denn so ein brasilianischer Tanzvogel alles machen würde. Und ich habe mich mit Agnes über ihr ideales Jahr 2023 überhalten. Und ich habe mich mit Jake. Und ich habe mich mitjed�见. Ich habe mich mit euch überrascht, und ich habe mich mitgeben, dass ich die Erde ausbekomme und ich habe mich mitgemmaht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.